Oh ja, manchmal ist der Motor doch schneller als mein Schaltautomat-Rhythmus. Ich bräuchte noch 2.000 Kilometer und mehr, dann wäre ich on-time. Geil, geht nur noch 1.000 Kilometer und dann sitzt das. Wow, verdammt, guten Morgen. Ich habe gerade das Ticket vom, ich habe gerade die zwei Sticker gesehen. Oh ja, hier ist euch nochmal, geiles Stallerpass und Großglockner. Genau, aber dann habe ich auch gesehen, verdammt nochmal 28 Euro kostet die Überfahrt über den Glockner. Leck mich am Arsch, das ist echt anständig, anständig teuer. Ansonst, willkommen zu einem neuen Video. Das ist Tag 5 der KTM World Range Week. Es gibt heute gar keine Herausforderung, ich könnte einfach 100 Meter tracken und dann ist es erledigt, weil 5 Tage in Folge fahren heißt, du hast es heute geschafft, wenn du irgendwas trackst. Wir machen trotzdem einen Abstecher zum Latte Mar, da waren wir schon wandern, da kommen noch Videos, da ist es so wunderschön, deshalb ich will das heute noch mal sehen, weil, ah, traumhaft. Und dann über Timmelsjoch und und dann über den Jaufenpass und das Timmelsjoch zurück. Mega geil, das wird hart. 6 Stunden der Plus Minus Fahrt ist auch ein bisschen lang. Am Ende des Tages gehen wir mit Campen in Bayern. Mega der Hit mit Freunden. Also ja, ich habe gestern schon ein bisschen gecuttert, ich wollte ums Latte Mar herumfahren. Dachte mir dann, nee, das muss auch nicht sein, weil es soll ja auch gemütlich sein. Aber es ist 7 Uhr, wir gehen jetzt frühstücken, wir haben keinen Stress. 5-6 Stunden fahren, sollte sich rausgehen, am Ende Autobahn nach München. Das wird was. Bis später. So genial, das glaubt eigentlich keiner. Schaut euch mal das an. Wahnsinn, wir haben jetzt schon 4 Sticker. Alleine in dieser Woche. Das geht in eine gute Richtung. Und zwar dieser hier ist mir gerade runtergefallen, habe noch extra Müll am Boden aufgehoben, der nicht zu mir gehört. Und währenddessen habe ich den Sticker aus der Hand geblasen. Und er ist echt hier unten, hier unten gelegen. So, da. Und weißt du, ob man das erkennen kann? Aber der Sockel ist schon so 1,20 Meter hoch. Und ich dachte mir, ja runterkommen, kein Problem, aber wieder raufkommen allein. Potenzial tricky. Und voll geil. Ich habe den Weg da unten hingeschaut, also ungefähr da, da drüben beim Zaun geschaut, dann ist ein hergekommen, Wahnsinns Oberarme, Wahnsinns Haxen, Bergsteiger oder so. Ich habe gesagt, ist sowas runtergefallen? Ich habe gesagt, eigentlich unwichtig, so ein Stahlerpass, Sticker. Und er, ja, hol mal, kein Problem. Genau, also mit ihm, da rübergegangen. Ich glaube, da sieht man sogar noch unsere Fußabdrücke. Genau, er hat mit dem Arm, ich runtergestiegen, Sticker geholt, er hat mich wieder raufgezogen. Brillant, also safe of the day, definitiv. Diese Sticker. Oh yeah, und zwar los geht's. Hier nochmal Hotel Pacher. Gibt hier auch einen Pacherhof, nicht zu verwechseln, da bin ich gestern gestanden. Genau, was sieht heute an? Einmal Latte Mar und ein bisschen in den Ptolemythen, wieso? Weil leider geil. Danach Jaufenpass und Timmelsjoch zurück über Sölken nach München. Mann, ich bin kein 500 Kilometer Tagesetappen fan, aber so mit ein bisschen Passstraße und so geht das schon. Dann auf einen guten Ritt, viel Spaß bei einem Video, lass es krachen, ich liebe es. Oh yeah, Mann, ist das hier schön. Und deshalb zur Draufgabe ein paar kleine Drohnen-Impressions. Von gerade hin. Oh yeah, um die Pflicht gleich zu erledigen, weil später habe ich noch weniger Bock. Mal schön volltanken. Also um das mal zu erwähnen, das Tanking ist hier voll der Krampf. Einfach reinhängen und Play drücken, geht leider nicht. Irgendwas ist direkt da unten als Boden und deshalb triggert der Sensor quasi konstant. Aber egal, ein bisschen Workout. Morgens. Spannung halten, kann nicht schaden. Servus. Oh yeah, das war übrigens gestern. Gesamt 5,9 Liter, keine 10 Kilometer, 4 Stunden, 30. Angenehm. Auf geht's. Oh yeah, manchmal ist der Motor doch schneller als mein Schalter-Automart-Rhythmus. Ich bräuchte noch 2000 Kilometer mehr, dann wäre ich on time. Wow. Aber geht nur noch 1000 Kilometer. Geil, geht nur noch 1000 Kilometer und dann sitzt das. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020